hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von robot roboter ihr würdet mehr sehen und wollt zuletzt blazing verpassen dann abonniere meinen kanal somit hier haben wir eine forschungsquest und zwar wenn erin fertig ist hier und mit den sterilen materialien dann können wir durch starten nämlich hinlaufen und bekommen einig eine forschung umsonst wenn ich das richtig im kopf künstliche sonne was brauche ich alles nicht holz machen wir mal minus 1500 und ich nehme ein bauteil hier oben deine bauteile dann hightech bauteil kommt schon wieder das einfache leder und sage ich danke passt fix ein fix ein fix ein sozial king ist dann hier die quest das haben wir noch versteckte gegenstände ins gespräch landband ist kann weniger die versteckten gegenstände und wir gehen jetzt wandeln können das ganze klumpf weg hauen das messer zeug auch wieder nichts tolles passt annehmen palmosen versteckte gegenstände repacket psychische strahler und das gefahren dort können das ist ja erst sehr schön unbekannt okay dann wir gleich mal ein paar zusammen das ist ich habe nichts zum bauen nummer eins startet mit wenn kann mit halkan mit und nummer zwei kann mit ihr bekommt die demonstration für gute hier runter und ihr bekommt noch bei der mediziner zu zehn stück an ihm bestellen passt könnt ihr euch zusammen raufen und gas geben boom lup boom lup boom lup passt blablabla blablabla okay passt 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 handwerks handwerks gegen handwerker gegen 8 da habe ich den neuen mitgenommen dem fall robot handwerk 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 ist noch weniger handwerk forschung abgeschlossen sehr gut welt 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 ich brauche von hier nach da brauche ich ein tag uninteressant ok karavane es ist am start rnb kommt ich gebe dir mal sechs tage mit du bekommst noch 1 2 3 4 5 welle route hier annehmen passt dann kannst du los schippern kannst du dich da oben auspowern drogenherstellung und die packs das passt sehr gut dann ist es auch bald durch wieder zu machen du kannst auch noch weg das passt ihr da hinten könnt auch noch weg top ihr pist los ist noch ein halber tag wir haben hier sterile fließen konstruktion benötigt ach das ist ja kein ding das ist ja alles kein ding hier nicht wahr so ist es hier klar schiff gut 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 ja haben wir alles exotischer endlich mal kommen ich hoffe du begegnerst unterwegs kann es wäre schlecht 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 wert ist echt quinn 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 wir untersuchen oh wow 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 das ist ja gar nicht toll wieso fuck come on whoop what what was macht you come on come on geht Wie viele sind denn das? Neun. Zu viele. Bub, Bub, Bub. Bub. Und weiter. Bub. Passt. Robert. Du knaschst das Zeug da oben weg. Das ist natürlich toppel, toppel, toppel. Gut. Eine Vorratskapsel. Jetzt haben wir hier einfache Mahlzeiten. Ist auch okay. Welt. Die P ist los. Was war das? Repair Kit. Psychostrahler. Immer gut, immer gut, immer gut. Oh, was haben wir hier? Androids. Okay. Du schipperst über den Fluss. Bum, bum, bum. Und da. Die sind gleich da. Da, 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 da. Generiere. Sehr gut. Dann gucken wir jetzt. Da, da. Ah, okay, 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 okay. Da müssen wir vorsichtig rangehen. Auf dem Schluss ist es ein Hinterhalt. Pischen wir uns mal langsam an. Dann sagen wir, das ist mein Hal, du gehst vor. Okay. Und natürlich, solange hier nichts ist, packen wir ein und gehen. Pup, Strahler, pup. Passt. Weile Route. Es geht heim. Hier hin, Wellen. Ah ne, passt. Ohne einen Kratzer. Top, 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 top. Jo, guti, guti, gut. Da sind die unterwegs. Können wir wieder Gas drauf geben. So, dann Production. Ich brauche eine Mechanikwerkbank. Können wir hier heran setzen. Und Schmelzofen. Oh, das Krematorium ist schon da. Ja, cool. Kommt das natürlich weg. Krematorium. Dann. Kommt das aus Granit. Ja, das ist richtig. Kommst du hier hin. Und die Mechanikwerkbank, die kommt hier hin. Ah, super. Super, 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 super. Bauen, 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 bauen. Und, äh, Robert. Ohne, Robert, 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 Robert. Hier. Und danach hier. Ah, top, 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 top. Äh, Silvester. Komma hier hoch. Der Händler exotische Güter ist da. Kann das Horn weg? Robert. Minimal mehr, aber egal. So. Wo ist es? Da unten ist das Horn. Nein, da. Hier. Bum, bum. Kann weg. Gut. Fernseher, Teleskop und das Ganze getötet. Laser Detection. Sehen. Maximale Haltbarkeit. Fernkampfgenauigkeit. Anvisierungsdauer. Uh, cool. Das ist natürlich richtig cool. High Power Arm. Oh, Mann. Komm. Den nehmen wir einfach mal. Ah, bü, 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 bü. Und sonst, hm. Noch irgendwas Tolles? Nein, 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 nein. No, 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 no. Nö. Okay. So, er kann das weg. Robert kann Bowen. Endlich, sage ich. Endlich. Endlich. Oh, der kommt gleich an. Den Händler Exotische Güter haben wir durch. So, die Research Quest. Pop, pop. Ein Triumph. Was haben wir? Aha. More progress was by a piece of possible. Bei 17. Und wir haben die farbige Beleuchtung. Und noch 5000 dazu bekommen. Cool. Die farbige Beleuchtung ist durch. Wo war sie? Farbige Beleuchtung. Ach, 50% haben sie bekommen. Eherzart. 50% angeforscht sozusagen. Gut. Gut. Die P sind alle zurück. Robert braucht Nahrung. Ja, passt soweit. Uh, ein hoher Arbeitsaufwand. Okay. Packt er das überhaupt? Er braucht vorher was zum Spachteln. Menschen jagen das Rudel. Was ist es? Rotfüchse. Wie viel sind's? Acht. Okay. Lassen wir sie kommen. Robert, ich kann nicht da dazustellen. Ein Station. Von Android. Erst neun Jahre alt. Ah. Nein. Tum, 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 tum. Macht's gleich. Gatisch, gatisch, gatisch. Bam. Bam. Tot. Nein, noch nicht. Okay. Bam. Noch einmal. Bam. Nicht still. Bam. Robot, laufe. Oh nein, der rechte Arm, Robert, Rotfuchs nackt hier ab, verdammt, bravo. Verdammt, 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 das ist richtig, richtig schlecht. Habe ich überhaupt noch einen Schmerzstopper, Laser, High Power Arm. Ja, haben wir ja, Robert war das Mining Arm, ja ok, passt, 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 ja dann wird das auch nichts mehr mitbauen hier. So, jetzt kann man ja durchlaufen, ah ne, du kommst von außen hin. Kommst von außen hin, ruht sich mit anderen außen, nein, du behandelst. 0,4 Tage, passt, ei, 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 ei. So, der ist auch kaputt jetzt und du kannst auch weg, passt. Passt, 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 so ihr seid voll, können wir das hier wieder ausmachen. Kack, Viecher, ey, sind echt so hardcore, dass die das, dass die einem Roboter die Arme abnagen, ja. Pfff, was ist denn mit denen, Mensch? Kannst ja gar nicht glauben. Welt, jetzt sind sie da, 0,1 Tage. Können sie erstmal ihren Loot abwerfen, schmeißen wir den psychischen Strahler rein. Jo, was machst du? Ach, du tragst, ist ja auch noch besser. Wenn du da anfängst zum Tragen. So, die Karawane ist angekommen, tippe, tappe, toppel. Bist ja noch im Laufrausch haal. So, der psychische Strahler. Wer hat ihn? Wo ist er? Da ist er. Sehr gut. Den setzen wir hier rein. Den kann ich doch auch draußen hinsetzen. Nicht? Hallo, Gott. Dann packen wir hier ran. Und dann verbreitet er da gute Stimmung. Aaron ist gleich am Start. Aufgabe. Er muss los auf Flüstung. Chris sagt es nicht. Ein Puma auf der Jagd ist. Ein Puma. Anik. Okay, dann ist HAL am Start. Es ist Nummer 2 am Start. Es ist... Es ist... Es kann Nummer 1. Nummer 1 kann Fernkampf. Gut, Nummer 1 ist auch am Start. Gut. Welleroute. Wir pesen hier hin. Nehmen an. Warte, zurück. Gegenstände. Wir nehmen mit. Lass für 5 Tage. 5 Tage. Wir nehmen hier... 10 mit. Annehmen. Bah. Reformieren und los pesen. Sehr gut. Cool. Ein Piratenhänder kommt gleichzeitig noch. Und Aaron ist back. Quinn. Quinn, 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 Quinn. Geh mal zum Piratenman. Wage... Essen, meine alles... Gigewehr... Hosen... Nix interessantes. So. Achso. Du erholst dich. Schon dachte du bist unterwegs. Das wäre ja gar nix. Das wäre ja richtig, richtig doof. Bob, 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 Bob. Nummer 1. Warum bist du so lahm? Bob. Passt. Welt. Ihr braucht... 8 Tage. Passt. 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 Man, seh los. Come on. Run here. Bam. Soll ich das einfach fertig bauen. Aaron Pent. Kann aufstehen. Sehr schön. Dann können wir... Ihr habt jetzt dann alles ein... Verbrennen. Top. Gut, das war's hier an der Stelle. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal. Tja. Vielen Dank.